Nach sechsmonatigem Prozess ist am Morgen im Landgericht Bad Kreuznach das Urteil gegen den 50-jährigen Mario N. gefallen. Er hat im September des vergangenen Jahres in einer Tankstelle in Idar-Oberstein den 20-jährigen Alex W. nach einem Streit um die Corona-Maskenpflicht aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Das Gericht folgte der Forderung von Staatsanwaltschaft und Nebenklage und verurteilte N. zu lebenslanger Haft wegen Mordes. Seine Verteidigung hatte aufgrund des psychischen Zustands des Angeklagten und seiner erheblichen Alkoholisierung zur Tatzeit auf Totschlag mit erheblich eingeschränkter Schuldfähigkeit plädiert. Die besondere Schwere der Schuld stellte das Gericht indes, anders als von Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefordert, nicht fest. Damit kann die lebenslange Haft theoretisch nach 15 Jahren in eine Bewährungsstrafe umgewandelt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl Anklage als auch Verteidigung können Revision beantragen.